Ja Leute, willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Wir sind nicht mehr in den Westgraten, weil für mich eine neue Aufnahmesession, es war ein paar Tage Aufnahmepause und natürlich sind die Berichte am Kartentisch fertig. Und die würde ich gerne erstmal wieder auffrischen, genauso wie ich gerne in den Westgraten dieses eine Gebiet oder diesen einen Auftrag auf jeden Fall starten würde gerne, den wir in einer der letzten Folgen freigeschaltet haben. Jetzt muss ich noch Start auf meiner Uhr drücken und dann ist alles perfekt. So, nehmen wir erstmal die an, die fertig sind. Ein Angebot der Krähen. Tank eures Wissens über die Venatori und der Kenntnisse der Krähen über Enzo habe ich ein Lagerhaus direkt außerhalb der Stadt ausfindig gemacht. Ich hoffe, ihr wolltet nicht, dass einer der Venatori am Leben bleibt. Lord Enzo war bedauerlicherweise nicht vor Ort, aber er kann sein restliches Leben in Tagen bemessen. Um euch zu zeigen, wie sehr wir unsere derzeitige Vereinbarung schätzen, findet ihr an bei ein interessantes Schmuckstück, das uns bei unserem Überfall auf die Venatori in die Hände gefallen ist. Gita. Ein meisterhafter Mabari-Griff. Haben den Mabari hergestellt oder ist er aus Mabari gemacht? Er knallert in der Oberstadt ein Dolch im Rücken. Ich muss was trinken. Mein Hals ist trocken und schleimig, aber das wollt ihr bestimmt nicht wissen. Kommandant, die Wache von Kirkwall hat sämtliche Händler rund um die Oberstadt befragt und den Verkäufer des Dolchs aufgespürt. Er sagt, er hätte ihn einem Zwerg verkauft. An den Namen erinnert er sich nicht, aber er beschreibt ihn als blauäugig und bärtig wie alle Zwerge, allerdings ungewöhnlich fröhlich für ein Mitglied der Händlergilde, Leutnant Mallory. Knallert in der Oberstadt, kein Zwerg ist weniger würdig. Ähm, was ist denn das da oben? Ein verschwundener Meuchelmörder, okay. Hatten wir nicht drei Aufträge gestartet? Ich habe von verschiedenen interessierten Parteien im Winterpalast Rückfragen bezüglich eurer Abstammung erhalten. Ach, Andraste stehe mir bei. Meinetwegen könnt ihr diese Briefe gerne als Brennmaterial benutzen. Nein, gibt sie mir. Ich will wissen, wer sich nach unserem Kommandanten verzehrt. Wir können diese Informationen zu unserem Vorteil nutzen. Ich bin kein Köder. Sch, sieht einfach nur hübsch aus. Na ja, Liliana beherrscht das Spiel. So, Pflicht oder Wahrheit hatten wir noch gestartet. Botschafterin. Nach dem Erhalt eures Briefs lud ich meinen lieben Cousin Blanchard zu einer dringenden Beratung über die Inquisition nach Halam Chiral ein. Ihr habt mir übrigens gesagt, Halam Chiral ist die Stadt, wo der Winterpalast steht. Ich hatte das nicht ganz verstanden und gemutmaßt, dass das ein und derselbe Begriff ist, nur Halam Chiral der elfische Begriff für Winterpalast ist. So ist es aber nicht. Ihr habt mich aufgeklärt. Halam Chiral ist die Stadt. Der Winterpalast ist das Gebäude, wo der Ball stattgefunden hat. Nach Halam Chiral ein und ließ sein Haus in der Zwischenzeit gründlich durchsuchen. Es wurde eine große Summe der Wintergoldes in seinem Chateau gefunden und eine ganze Kammer voller roten Lyriums. Mein Cousin musste feststellen, dass sein Aufenthalt im Winterpalast von einiger Dauer sein wird. Mit Dank Céline Valmore. Und wir kriegen ein Amulett der Macht. Oh yeah. Für wen? Keine Ahnung. Vielleicht für Vivienne, weil es irgendwas mit Orlais zu tun hat. Ich weiß es nicht. So, jetzt aber erstmal Überquerung der Schwefelgrube. Kosten 5. Kommandant. Wir haben eine erste Materialschätzung für den Bau einer erhöhten Brücke über die giftigen Schwefelgruben in den Westgraten vorgenommen. Wir werden 10 unserer Ingenieure und 6 Wagenladungen Bauholz brauchen, um die Brücke fertigzustellen. Allerdings würde sie unseren Truppen erlauben, das Gebiet in sicherer Entfernung zu den giftigen Gasen zu durchqueren. Hauptmann Rylan. Na dann mal ab die Post. Das ist jetzt direkt freigeschaltet. Inquisitor, unser Vorposten in der Griffanflügelfeste meldet. Okay, weil wir die auch noch gar nicht erobert haben, haben wir schon einen Vorposten in der Griffanflügelfeste. Das ist ein bisschen, da hakt es ein bisschen mit der Logik. Meldet, dass unsere Soldaten den Bau einer Brücke über die große Schwefelgrube in den Westgraten ohne Zwischenfälle abgeschlossen haben. Damit können wir in bis dato unzugängliche Regionen der Westgrate vordringen. Ihr könnt euch bei eurer nächsten Reise in die Region selbst davon überzeugen. Kallen. So, da wollen wir natürlich noch nicht hinreisen. Wir sind ja dann bald eh noch genug in den Westgraten unterwegs. Jetzt erstmal hoffentlich mal langsam aber sicher Ferelden abschließen, was die Quests angeht. Knaller in der Oberstadt. Kein Zwerch ist weniger würdig. Um mal ins Hessische zu verfallen. Rüschchen, Löckchen und all die Wächter von Kirkwall, die ihr mir bis vor kurzem Geld schuldig wart. Achso, die ihr mir bis vor kurzem Geld schuldig wart. Danke, dass ihr diese Sache für mich untersucht habt. Ich kenne nur ein Zwerg, auf den die Beschreibung ungewöhnlich fröhlich und blauäugig passt. Der sich noch in Kirkwall aufhält. Worthy. Ein Bekannter von mir aus der Oberstadt. Welcher Teufel ihn reitet, weiß ich allerdings nicht. Falls ihr Schulden bei mir hattet, vergesst sie. Varric. Joa, lassen wir mal Kallen machen. Inquisitor. Und hier oben war nämlich irgendwas mit Meuchelmörder. Das kann bestimmt Liliana machen. Sehr gut. Meine liebe Liliana, eure Inquisition arbeitet mit den Krähen zusammen? Ich frage nur, weil ich möglicherweise dafür verantwortlich bin, dass jetzt ein Meuchelmörder weniger in euren Diensten steht. Hätte ich gewusst, dass er euer Mann war, hätte ich ihn zumindest seinen Auftrag erfüllen lassen. Wie auch immer, ich hoffe, ihr erlaubt mir, es wieder gut zu machen. Ihr wisst, dass ich deutlich fähiger bin als die Krähen. Außerdem ist die Zusammenarbeit mit mir doch weitaus angenehmer, nicht wahr? Als Gefälligkeit einer Freundin gegenüber würde ich auch nur einen Bruchteil ihres Preises nehmen. Saffron Arainai oder Arainai, wie auch immer Arainai. Ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht. Arainai klingt irgendwie cool. Saffron kennen wir alle aus Teil 1. War einer der Schurkenbegleiter, die man kriegen konnte. Ähm, ja. Soviel dazu. Ich hab aber da immer irgendwie Liliana favorisiert. Äh, ja. Naja. Wie dem auch sei. Das macht natürlich Liliana. Dauert auch nur 11 Minuten. So, dann haben wir vorerst, ähm, Ferelden komplett. Dann gucken wir mal, was wir in Orlais vom Namen her vielleicht noch für, oder was jetzt noch übrig bleibt für, äh, Josie. Allianzen, die Steine geraten ins Rollen. Das könnte Josie bestimmt machen. Ein erwiderter Gefallen. Zwergische Sklaven. Gut, dann gucken wir uns noch mal die Allianzen an. Viele der Adeligen in der orlesianischen Hauptstadt haben ihre nebensächlichen Differenzen beigelegt und sammeln sich nun hinter zwei Familien. Die De Rosier sind alter, hoch angesehener Geldadel, gelten jedoch als traditionalistisch und stur. Die Thibos haben ihren Aufstieg einer erfolgreichen Händlergemeinschaft zu verdanken und werden als fortschrittliche Familie erachtet. Obwohl beide Familien die Absicht hatten, uns politisch Konkurrenz zu machen, könnten wir die Geschehnisse zu unseren Gunsten beeinflussen, indem wir uns für eine von ihnen aussprechen. Lord Pyrrhon de Rosier hat nicht um ein Bündnis mit uns gebeten, könnte jedoch Respekt vor unserer zunehmenden Macht haben. Lady Veliz Thibaut spricht für ihre Geldgeber und ist immer an vorausdenkenden Allianzen interessiert. Vorausdenkend. Ja, ja, ist richtig. Äh, ja, das lassen wir natürlich Josie mal machen. Ich kann einige Vereinbarungen aufsetzen, die uns zu wenig mehr als bloßen Formalien verpflichten. Ähm, das wird das Interesse der Thibauts wecken. Und Callen könnte noch mitmachen, der ist dann wohl eher... Ja, nee, wir lassen das mal Josie machen. Passt schon. Fangen wir an. Ja. So, hätten wir erstmal wieder den Kartentisch auf Vordermann gebracht, beziehungsweise die neue Quests gestartet. Dann will ich jetzt unbedingt schauen, für wen das Amulett der Macht ist. Wie ich mir schon dachte, für Vivienne. Was hat die gerade an? Verbessert das Amulett der Magie. So, dann verteilen wir schnell noch bei Vivienne den Punkt. Ähm... Was wollten wir? Wir hatten angefangen, genau, beim Ritterlichen Verzauberer. Ich habe ja gesagt, wenn ich hier dann mal ein bisschen die Passiven ausgeskillt habe, dann werde ich euch den Ritterlichen Verzauberer mal zeigen. Der ist ziemlich stark. Ich weiß nicht, ob sie da mit den letzten Patches am Balancing was gedreht haben, ob der jetzt vielleicht nicht mehr so stark ist. Ich habe es seitdem nicht mehr ausprobiert oder seit die letzten Patches draußen sind. Wir werden es dann sehen, wenn ich mal eine kurze Zeit in einigen Kämpfen Vivienne spiele. Jetzt aber erstmal die Klarheit im Kampf. Während des Chaos des Kampfes für manche erschreckend sein mag, ist es für dich ein vertrauter Rhythmus. Dein Mana regeneriert sich schneller, wenn du dich in der Nähe von Gegnern befindest. Also all diese Passiven, werden wir sehen, sind darauf ausgelegt, dass man sich mit Hilfe der Geisterklinge eben in den Nahkampf begibt. Und genau das werden wir dann bei Gelegenheit, wenn wir noch 1, 2, 3 Fähigkeitspunkte verteilt haben, mit Vivienne auch mal tun. So. Da sind schon wieder 10 Minuten rum, fast. Moment, ich brauche ja eigentlich gar nicht rauslaufen. Ich will eigentlich direkt zurück in die Westgrate. So, hier haben wir am zweiten Lager ja stehen geblieben in der letzten Folge eigentlich. Um die Wächterhauptquest kümmern wir uns, wenn wir die Westgrate soweit abgeschlossen haben. Hier haben wir jetzt einen abgeschlossenen Einsatz und können quasi von hier nach hier durch diese Schlucht laufen über eine Holzbrücke. Werden wir bestimmt auch noch hinkommen. Hier kommen wir auch noch hin. Und in die Richtung sind wir jetzt vom ersten Lager aus noch gar nicht gegangen. Ist jetzt die Frage, ob wir erstmal noch da oben rumschüppern. Ich zoome die mal ganz raus oder ich weiß nicht, was hier unten ist. Ich glaube, hier unten ist noch das Drachengebiet. Hier ist übrigens auch die Karte zu Ende. Also viel weiter nach Süden geht das nicht mehr. Wir machen mal beim zweiten Lager weiter. Und nehmen mit. Ich weiß gar nicht, wen ich das letzte Mal dabei hatte. Wir nehmen jetzt mal Blackwall. Wir nehmen mal Sarah. Und wir nehmen... Wir nehmen mal Vivian mit und gucken, ob sie von alleine in den Nahkampf geht, da sie ja jetzt die Geisterklinge geskillt hat. Auf jeden Fall interessant zu sehen, was sie tut, da sie jetzt diese neue Fähigkeit hat. Ich muss mal gucken, dass ich sie geblockt habe. Müssen wir gleich nochmal nachschauen. Vielleicht kann ich es auch jetzt mal kurz zeigen, wobei sie nur in Anführungszeichen durch diese Mana-Regeneration noch nicht so OP ist. Das macht eigentlich erst die Kombination der passiven. Ich kann dir ja eben nochmal kurz zeigen, dass ihr euch vielleicht mal vorstellen könnt. Entschuldigung, dass ich mich ständig rausbauen muss. Das ist gerade ein bisschen schlimm. Dass ihr mal seht, was da dann mit Vivian eventuell auf uns zukommt. Wir haben ja jetzt geskillt, dass sich die Mana-Regeneration erhöht. Und wir können dann weiterhin noch skillen, dass du absorbierst die Energie, die deine Gegner abgeben, wenn du sie angreifst. Jeder erfolgreiche Angriff stärkt deine Barriere. Je mehr Schaden du verursacht, desto mächtiger wird deine Barriere. Also 30% des verursachten Schadens kommt auf unsere Barriere als Barriereenergie obendrauf. Wenn wir da vor einem Gegner stehen und dauerhaft auf ihn eindreschen, wird unsere Barriere quasi nicht leer. Das heißt, wir sind dauerhaft unverwundbar. Das ist quasi wie ein God-Mode. Man muss nur Gegner treffen mit der Geisterklinge und genügend Schaden verursachen. Wobei das mit dem genügend Schaden nicht mal das Problem ist, weil man hat mit der Geisterklinge auch eine relativ hohe Schlagfrequenz. Sodass es eigentlich, wenn man nicht wirklich richtig heftig getroffen wird, ist es eigentlich ein God-Mode. Und dann den ritterlichen Beschützer. Du bist ein Experte im Umgang mit defensiver Magie. Von dir erschaffene Barrieren bleiben länger bestehen, bevor sie sich abbauen. Verringerung des Barriereabbaus 35%. Das heißt, alles ist darauf ausgelegt, dass die Barriere dauerhaft bestehen bleibt und wir einfach mit der Geisterklinge draufhauen. Das ist ein sehr langweiliger Kampfstil. Ist aber auch ein sicherer Kampfstil, wenn man in einem schweren Kampf ist. Ich bin am überlegen, ob ich es euch irgendwann mal demonstriere und mit Vivienne einen Drachen-Solo lege. Weil das ist durchaus drin. Verschleierter Gegenschlag. Hast du eine aktive Barriere, erleiden Gegner, die dich angreifen, ebenfalls Schaden. Ja. Der Mantel des Nichts ist ganz nett, der ist allerdings nicht so pralle. Aber nur, dass ihr jetzt mal wisst, was hier mit den nächsten drei Passiven, die wir skillen, bei Vivienne auf uns zukommt. Sie wird halt ein Nahkampfmagier, der annähernd unsterblich ist. Und das ist ein bisschen arg overpowered, wie ich doch finde. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob sie da irgendwas am Balancing gedreht haben. Der Text der Passiven klingt für mich noch, zumindest so wie ich es im Gedächtnis habe, genauso wie vorher. Und insofern gehe ich mal davon aus, dass ich da nicht großartig irgendwas dran geändert haben dürfte. So, wir wollten mit dem guten Forscher reden. Besucher? Ja. Dem Erbauer sei Dank. Ich habe lange mit niemandem mehr gesprochen. Seid ihr auch hier, um die Wildnis zu beobachten? Ich denke, ich habe eure Vorräte gefunden. Ein toter Mann in der Wüste hatte das hier bei sich. Tot? Gesegnete Andraste. Was ist mit Marcus oder Jeannette? Das sind schreckliche Nachrichten. Ich bin Frederic von Cerro. Meines Zeichens führender Experte für Draconologie in Orlais. Ich kam mit einer Expedition der Universität hierher. Aber die anderen sind alle verschwunden. Und unsere Arbeit ist ins Stocken geraten. Weißkrallen-Plünderer haben den Großteil unserer Vorräte gestohlen. Ihr werdet mir doch helfen, die Ausrüstung zurückzubekommen, oder? Irgendjemand muss schließlich für den Fortschritt der Wissenschaft eintreten. Ja, erstmal will ich dich ein bisschen was fragen. Ihr seid ein Scholar. Was könnt ihr mir über diese Gegend sagen? Die Westgrate sind ein bemerkenswerter Ort, wie ihr zweifellos wisst. Sie sind der Lebensraum vieler überwältigender Kreaturen. Vargists, Drachen, Phönixe. Sie gedeihen, wo kaum etwas überlebt. Das Land wurde durch die zweite Verderbnis vergiftet. Aus jener Zeit stammt auch die Wächterfestung. Vor der Verderbnis herrschte hier das Alte Reich. Vielleicht habe ich neulich deshalb einige Teventeraner gesehen. Ich denke, sie studieren die Ruinen. Mhm, 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 mhm. Eure Kollegen sind verschwunden und in der Gegend wimmelt es von Plünderern. Solltet ihr wirklich alleine hier draußen sein? Ich weiß nicht, was aus meinen geschätzten Kollegen geworden ist, aber mich haben die Plünderer bis jetzt in Ruhe gelassen. Ich habe auch graue Wächter und Fremde mit seltsamen schwarzen Gewändern gesehen. Aber auch sie scheinen mich zu ignorieren. Okay. Erzählt mir von euch. Ich bin Professor an der Universität von Orlais. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ein Standardwerk über das Jagdverhalten von Drachen und ihresgleichen zu verfassen. Allein meine Notizen von dieser Reise füllen 20 Schriftrollen. Das ist mehr Wissen über den südlichen Vargist, als je zusammengetragen wurde. Aber ich hoffe, eines Tages einen abyssischen Hochdrachen beim Schlagen seiner Beute beobachten zu können. Das ist bis dato noch niemandem gelungen. Achso, wir haben schon Vorräte gefunden. Na dann. Ich habe hier die Vorräte, auf die ihr gewartet habt. Aber, oh, ein Teil unserer Ausrüstung ist immer noch verschwunden. Falls ihr noch mehr findet, lasst es mich bitte wissen. Äh, okay. Wir müssen unsere Unterhaltung wohl vertagen. Moment. Was war das? Oh, Herr Kollege. Was kann ich für euch tun? Äh, ihr seid hier draußen sicher? Erzählt mir von diesem Ort. Erzählt mir von euch. Das müssten wir ja alles schon haben. Ich habe eure... Hä? Ich habe hier die Vorräte, auf die ihr gewartet habt. Aber... Falls ihr noch mehr findet, lasst es mich bitte wissen. Okay. Gefundene Frederiks geborgene Forschungsvorräte. Gut. Dann haben wir von Frederik erstmal eine neue Quest bekommen. Wir müssen seine Forschungsvorräte finden. Wir gucken jetzt erstmal... Ich denke, ich werde mich als nächstes mal um die Lyri... Oh, Steinbruch. Da werde ich doch ganz figgerig. Das heißt, ich probiere als erstes mal hier an die rote Lyriumader zu kommen. Ich gehe davon aus, hier ist irgendwo vielleicht ein Höhleneingang oder so. Äh, und wir kommen hier vielleicht dann in die Höhle rein oder in eine Höhle rein. Auf jeden Fall werde ich den Punkt in der nächsten Folge mal anpeilen. Und wir schauen mal, ob wir dort, ja, mehr oder weniger querfeldein hinkommen. Oder ob wir uns einen anderen Weg suchen müssen. Das aber erst in der nächsten Folge. Bis hierher sage ich, danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.